Oh, äh, kaputt gemacht. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Mark of the Ninja. Was für ein super Anfang, Stefan. Das hast du ja wieder toll hingekriegt. Da drückt man einfach auf die Aufnahmetaste und was macht er? Bin ich hier noch... Achso, okay. Okay, interessant. Ja, wir spielen blablabla. Wir fangen an mit vorunergründlichen Abgrün. Ja. Wahrscheinlich Abgründen, aber okay. Angst. Ach, so schnell kann ich noch kein Schwein lesen. Ist das eine 7? Das scheint eine 7 zu sein. Jetzt haben wir mehrere Attacken, die wir uns hier noch ausruhen können. Und wunderbare Techniken, wie zum Beispiel ein kurzer Schatten. Ja, solange das andere dann auch länger ist als der Schatten, ist ja alles gut. Erledige durch Drücken von x ahnungslose Feinde aus deinem Versteck heraus. Nämlich. Ich hätte vielleicht mir angucken sollen, was wir denn noch so haben. Ja, wird schon, wird schon toll sein. Wird schon alles passen. Ich glaube, ich habe viel zu viele, äh, viel zu wenig Auszeichnungen. Egal. So, wir gehen hier. Wie, was ist das denn? Fahrt der... Oh. Fahrt der Macht. Eine verstärkte Rüstung bietet dir zusätzlichen Schutz. Lasse dich deinen Gegnern schneller ausschalten. Aber die Schrift ist sauklein. Lass dich deine Gegner schneller ausschalten und geräuschlos töten. Stellt deine Gesundheit wieder her. Fokussieren. Wo, wo, was steht da? Fokussieren? Hält den dann aber nicht mehr die Zeit an... Ja, äh, toll. Nämlich. So. Dann nehme ich wieder die Rauchbombe und hier nehme ich wieder meine Splitter. Und dann geht's rein. Hallo, Devil Templer. Du bist in der Aufnahme. Schau an diesen Schasm. Mein Geist ist, schau schnell und nicht nach unten. Wieso soll ich nicht runtergucken? Gut, dann gucken wir uns erstmal die Aufgaben an. Finde einen Weg an die Oberfläche. Vor abgründlichen Abgründen. Natürlich war es abgründet. Töte drei Wachen mit Gasmaske, die sich im Gift Gas aufhalten. Nö, das kriegen wir auch bestimmt hin. Verstecke drei Leichen im letzten Raum. Reite auf der Kiste den Schatten bis ganz nach oben, ohne runter zu fallen. Was? Reite auf der Kiste den Schacht. Ach, Schacht. Schacht bis ganz nach oben. Ja, das kriegen wir bestimmt auch hin. Wir sind doch Profi-Ninjas. Ah. Ich glaube, ich muss noch einen anderen Weg nach oben finden. Das richtig. Geh' an. Ich werde dich aufhören. Ja, äh, doof. Da oder da. Das ist richtig. Schau an die Oberfläche. Und es wird sehr solid. Ah. Richtig. Aber wir gucken erstmal, was sich hier befindet. Wenn hier schon so ein Weg ist. Da muss da ja was sein, ne? Das ist richtig. Ja, aber was ist denn hier? Warum? Oh. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Boah. Ah. Ach so. Oh, au. Oh, wir. Oh. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir uns bluten sehen. Tschu. Ich weiß nicht, was das... Jetzt geh doch einfach da rein, du Sack. Geh rein. Ja. Geh' doch. So. Ich hoffe, meine Stimme übersteuert heute mal nicht so doll. So. Na, da ist doch was, was ich haben will. Artefakt zurückgeholt. Also irgendwie bin ich mir gerade echt nicht sicher, wo ich lang muss. Was ist denn da unten noch? Nur mal so... Ja, jetzt geh' doch. Jetzt komm' ich da nicht mehr. So. Ähm. Hier unten war ja noch dieses... Ah, ich glaub', das war nur so ein Sicherungsteil. Zum Sichern. Toll, Stefan, wie du dich ausdrückst heute. So, da sollten wir nicht drankommen. Uh, das hat sie aber schön gesagt. Boah, das war jetzt geskilt gesprungen. So. Und hier müssten wir dann von... Ja, ich vermute mal, da kämen wir dann lang, wenn wir da oben lang gegangen wären. Ich hoffe, da war jetzt nichts, was wir hätte einsammeln sollen. Da unten ist was. Ach, das können wir auch... Genau, wir sind ja stark. So. Springen. Boah, das war sehr knapp. Wir gucken uns aber erstmal hier um, ob hier vielleicht noch was ist. Beziehungsweise, das sieht mir doch so aus, als ob das vielleicht uns einen besseren Einstieg in das Gas geben könnte. Nö, noch besser. Das ist schön, wenn die vorlesen, dann brauche ich nämlich nicht reden. Moment, wir müssen noch mal die tolle Musik hören. So, das läuft ja heute wieder relativ gut. Sagte er und starb. Oh, was? Aha. Interessant, interessant. Der Hebel startet und stoppt die Bewegung. Geh rein! Ah, du Trottel. Ja. Da lang, da lang, da lang. Jetzt machen wir erstmal ganz kurz hier so ein... Oh, das war mal ein Bug, liebes Spiel. Die Zeit ist doch angehalten für mich. Warum bewegt sich die Kiste? Schnuggeler-Tunnel. So, dann nochmal den hier. Ah, das ist da oben eine Kiste. Was ist denn da unten noch? Ach, da kommen wir auch gar nicht lang, ne? Da kommen wir tatsächlich gar nicht hin. So. Schön wäre, wenn ich jetzt... Danke. Ah, aber das ist nicht der letzte Raum, ne? Ach so. Äh, äh... Nee, nee, genau. Ich soll nicht runterfallen. Naja, das krieg ich doch hin. Äh, oh. Ähm. Ja. Sagte er und fiel die Runden hinunter, meine ich. Fahr herunter. Ah, und das sind Gasmasken-Gegner. Okay. Äh. Ja, doof. Kriegen wir die Auszeichnung nicht? Na, vielleicht sterben wir ja nochmal. Okay. Ach so. Gehen wir doch vorbei, ne? Seiden. Seiden. Da unten ist noch was Cooles, was wir uns holen können. Sieht mir aber gerade nicht so aus. Oh. Ähm. Fuuuuck. Boah, war das knapp. Nochmal so. Da, 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 da. Ähm. Ja, ich würde doch gerne mal versuchen, hier mal niemanden zu töten. Jedenfalls so gut wie niemanden. Vielleicht müssen wir das ja auch. Vielleicht müssen wir das ja doch tatsächlich tun, aber... Oh, war das gut? Weiß es nicht. Oh, nö. Oh, rein da, rein da. Ach, scheiße. Äh, äh, was, was, was? Moment, halt, stopp. Luft. Na, oben scheint nichts zu sein. Oh Gott, ich sterb doch gerade. Jetzt geh doch mal. Ah. Ja. Das nennt ich suboptimal. Ach, guck mal, da sind wir gar nicht im Gas drin. Ah. Der wundert sich gar nicht, dass hier so eine Piste einfach sich bewegt aus heiterem Himmel. So, jetzt muss das doch mal passen. Ich möchte ihn gerne von da oben schön erwischen. Schauen wir mal gar nicht zu passen hier. Jetzt passt doch. Ne. Oh, nach oben. Egal. Tod ist Tod, ne? So, runter, bitte. Runter. Nehmen. Werfen. Einfach, um Punkte zu bekommen. Runter. Runter. Rennen. So, da sind wir. Da oben war ja bestimmt nichts, ne? Ne, so sieht's aus. So. Ja. Gut. Egal. Da oben ist ein Zweichriff. Okay. Waa. Reiter auf. Ach. Hammer. Was? Ach so. Ach so, kriegen können wir die jetzt erst. Na gut. Auch schön. Ich bin gar nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Jetzt bin ich da. Ne, jetzt bin ich immer noch nicht da. Wir warten einen kleinen Umblick, weil der muss hier erst vorbeigehen. So. Der guckt hier gar nicht hin. Der guckt hier gar nicht hin. So, jetzt. Nach links. Äh, rechts meine ich. Uah, Luft. Und runter. Und Hebel. Und Luft. Ja, gilt das jetzt schon als runtergefallen. Äh, was? Na gut, dann sterben wir mal kurz. Gekonnt. Wo ist denn hier Gas? Ach so. Ja, komm. Wir sterben jetzt mal gekonnt. Moment. Hallo. Oh. Ja. Ne, da muss ich eh auf die Kiste warten. Da habe ich jetzt auch gar keinen Bock drauf, ne? Da wissen wir jetzt wenigstens ungefähr, wie wir es lösen müssen. Oh, tot. So. Ich hoffe, wir starten auch von genau von da. So. Ey. Jetzt. Jetzt mach doch! Mann. Ich hasse das. Okay. Dich möchte ich. Und dann bitte hier hin. Weil dann kann der mich nicht sehen. Und dann so. Nein! Ach, leck mich doch. Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Ah. Ja. Einmal nachgeladen. Ja, das möchte ich gerne nochmal probieren. Also das, das, das ist so ein... So eine persönliche, so ein persönliches, äh, Dings. Uh, das war knapp. So ein persönliches... Wollen. Ist das. Schon. Fragt mich, was ich jetzt sagen wollte. Ein steiler Weg nach draußen. So. Nach da, nach da. Nach da, nach da. Ob ich jetzt nichts Doofes, Kompliziertes irgendwie... ich weiß nicht ob das gespeichert wird aber ich glaube schon schicksalsraum ein pferd zum reiten das war sogar recht ich dachte ich hätte mich verlesen mensch ich weiß nicht ob ich die auszeichnung jetzt noch mal machen soll ich glaube schon ich dachte gerade auch nicht so einfach sind ja beide in der gleichen richtung war gar nicht so ne ja doofe situation da nein 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 stopp so jawohl das ist auch fast richtig muss nämlich hier lang stopp oh gott oh gott wo muss ich lange oh gott oh gott oh gott also noch mal den ganzen scheiß das freut uns doch liebe zuschauer das ist doch wirklich eine amüsante art ein spiel in die länge zu strecken wenn es so blöd ist das zu spielen halte ich fest so runter hier lang sehe ich richtig sehe ich richtig so dann möchte ich gerne nach unten ja doch nach unten ist richtig unten oh gott double kill boah leckt mich achso geht noch weiter so geht noch weiter oh 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 Das ist diese eine blöde Auszeichnung. Aber die leckt mich jetzt mal am Arsch. Das ist mir egal. Ach, da ist wieder einer am Schnarchen. Was wäre dieses Spiel ohne schlafende Wache? Genau, ein Spiel ohne schlafende Wache. Äh, äh, oh nein. Oh fuck. Jetzt haben wir das gleiche wieder eher. So. Was? Ach so. Ja. Wusste ich. Habe ich gewusst. So. Äh, den lassen wir mal schnafen. Der ist mir gerade mal herzlich egal. So. Und dann nehmen wir natürlich hier diesen, äh, sicheren Weg. Und zwar. Hier lang. Zählt das auch alles noch zur Auszeichnung hinzu? Oh fuck. Wäre ja mal interessant gewesen. Äh, äh, äh. Was? Ach so. Ne, Moment. Das, äh, den platzieren wir natürlich da drüben. So. Da oben geht's doch. Ich hab's richtig gesehen. Doch wo führt uns dieser Weg hin? Also offensichtlich ist ja der Weg nach rechts. Aber unoffensichtlich... Ach, geht auch schon. Unoffensichtlich ist dieser Weg... Ich hab's richtig gesehen.